Willkommen bei Probably Nothing, den IOTA und Schimmernachrichten der letzten Tage. Ich bin Alexander und los geht's. Der DeFi-Lama hat nun die Schimmer-EVM im Blick. Bis heute wurden fast 5 Millionen Token in die Schimmer-EVM investiert, was eine beachtliche Summe ist. Auf der Website sind auch die verschiedenen DeFi-Plattformen und ihre Leistung aufgeführt. Ende September veröffentlichte Spice5 einen Blogbeitrag über Appchains. Appchains zeichnen sich durch ihre Interoperabilität aus, was bedeutet, dass sie problemlos mit anderen Blockchain-Netzwerken kommunizieren können. Dies eröffnet verschiedene Anwendungsbereiche, darunter dezentrale Finanzdienstleistungen, DeFi, Gaming, Supply Chain Management, Gesundheitswesen, Immobilien, Versicherungen und Energie. Die Kombination von IOTA und Schimmer mit Appchains bietet erhebliche Vorteile, darunter keine Brücken erforderlich, hohe Sicherheit, kostenlose Interoperabilität, GDPR-Konformität und Nachhaltigkeit. Ebenfalls Ende September veröffentlichte die IOTA Foundation einen Blogbeitrag mit dem Titel Eine solide Grundlage für IOTA 2.0 Hier geht es um die Fortschritte und Entwicklungen von IOTA 2.0 Dieses Upgrade umfasst die Einführung des Coordicide-Protokolls zur Verbesserung der Netzwerksicherheit und Skalierbarkeit sowie die Integration von Chrysalis, was die Transaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit erhöht. Diese Entwicklungen eröffnen neue Anwendungsmöglichkeiten und Partnerschaften für IOTA und stärken seine Position als wegweisende Blockchain-Technologie. Hey, ihr Fanatiker da draußen. Kennt ihr das? Ihr steht vor dem Kleiderschrank und denkt, hm, ich habe nichts anzuziehen, aber ich kann dieses Date nicht absagen. Schließlich will ich sie oder ihn beeindrucken. Kein Problem, ich habe die Lösung. IOTA-Merch. Stimmers Team. Von T-Shirts bis zu Bierkrügen. Ich habe alles, was euer Herz begehrt. Und hey, wer sagt, dass Babys nicht als IOTA-Werbung-Maßnahmen benutzt werden können? Schaut vorbei und verpasst nicht die Gelegenheit für IOTA, Schimmer und andere Projekte draußen zu werben. Raus aus der Bubble, rein in die Klamotten und unterstützt diesen Kanal. Am 2. Oktober startete IOTA-B ihre Decks und seitdem belegt sie den zweiten Platz unter den Schimmer-EVM-Decksen. Der Start verlief erfolgreich und ohne Probleme. Lassen Sie uns nun die Updates betrachten, die IOTA und Schimmer in den letzten Monaten erhalten haben. Die Firefly Desktop für IOTA erhielt ein großes Update auf Version 2.1.7. Aufgrund des großen Updates auf IOTA 2.0 gibt es nun eine neue Versionsnummer und einen Namen, der sich besser von der Schimmer-Wallet unterscheidet. Die neueste Version ist 2.0.3. Die Schimmer-Wallet wurde ebenfalls weiterentwickelt und die neueste Version lautet 2.1.9. Die WASP-Node erhielt zahlreiche Updates und befindet sich nun in der Version 1.0.1 Release Candidate 12. Die Entwicklung schreitet also gut voran und die neueste Version wurde am 10. November 2023 veröffentlicht. Als vorletztes Update gibt es die 100-Node mit der Version 2.0.1. Auch das Forschungsteam hat viel geleistet. Die Parameter-Taskforce hat Maßnahmen ergriffen, darunter die Implementierung von Metriken im Forschungszweig und die Migration des Elastic Search Servers von GoShimmer. Es wurde eine umfassende Parameter-Tabelle für IOTA-Core erstellt und Diskussionen über Prioritäten, Netzwerktamen und die Finalisierung wurden geführt. Die Implementierung von Akzeptanz-Bestätigungsmechanismen in Tangle-SIM, Klarstellungen und Benennungskorrekturen fanden statt. Es wurde über die Entwicklung eines Tangle-SIM-Moduls in IOTA-Core diskutiert, um doppelte Entwicklung zu vermeiden. Netzwerkänderungen wurden vorgenommen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Bildungskampagne wurden erledigt. Abschließend wurde Mathematik und die Belohnungsformel im Tokenomics White Paper besprochen. Im Bereich Anreize wurden Maßnahmen ergriffen, darunter die Überprüfung des Rechnertexts und des ersten Teils des White Papers. Es wurden neue Abschnitte hinzugefügt und der zweite Teil des White Papers wird bald finalisiert. Im Networking-Bereich gab es Verzögerungen bei Validierungsblöcken aufgrund des Not-Ready-Status, mit einer durchschnittlichen Verzögerung von 20% während der Überlastung. Es gibt Raum für Optimierungen und das Szenario scheint nicht schädlich zu sein. In Bezug auf die Finalisierung wurden Auswahlverfahren des Ausschusses, mathematische Modelle und die Abstraktion des Finality-Gadgets behandelt. Es stehen noch Aufgaben aus, wie die Fertigstellung des Teils zur Übertragung Equivocating Blacklisting und die Darstellung des tatsächlichen Protokolls. Die Parameter Taskforce arbeitet an experimentellen Ergebnissen für Validierungsblöcke, Prioritätenverfeinerungen und Data-Plugin-Implementierung. Networking beinhaltet eine Einladung zur Erweiterung des Mana-Burn-Papiers und die Vorbereitung auf ICBC. Im Bereich Anreize wurden neue Forschungsthemen besprochen, darunter die Delegationsbalance und Anpassungen an der 1-2-3-Regel. Es wird auch an Werklegstablen, einer Sokka-zu-Dark-basierten DLTs und dem Finality-Gadget gearbeitet. Reuters hat den City-Bot von Edark in einem Video gezeigt. Das Video ist nicht besonders lang und hat eine Auflösung von 360p, zeigt aber gut seine Funktionen. Da Edark IOTA unterstützt, ist dies sehr interessant, insbesondere wann diese Roboter in die Praxis umgesetzt werden. Am 2. Oktober hat die IOTA einen weiteren Blogbeitrag veröffentlicht mit dem Titel Digitale Autonomie für alle – die Zukunft von IOTA. IOTA arbeitet an Lösungen, um diese Digitale Autonomie für alle zugänglich zu machen. Dazu gehören dezentrale Identitätslösungen, die den Nutzern die Kontrolle über ihre digitalen Identitäten ermöglichen, ohne auf zentralisierte Dienste angewiesen zu sein. Dies ist ein Schritt in Richtung einer selbstbestimmten digitalen Zukunft. Darüber hinaus investiert IOTA in sichere und private Kommunikationsprotokolle, um die digitale Autonomie weiter zu stärken. Diese Bemühungen sollen den Menschen ermöglichen, sicher und anonym zu kommunizieren, ohne ihre Daten preiszugeben. Das war's mit dieser Ausgabe von Probably Nothing. Es war eine Forschungs- und Updateschwere Folge, aber überall wird fleißig entwickelt, und ich denke, es wird jetzt etwas ruhiger, da der Dezember naht, die Feiertage anstehen und einige Entwickler sich wahrscheinlich eine Pause gönnen möchten. Bis zum nächsten Mal.